Mit 100 Milliarden Sondervermögen soll die Bundeswehr in Zukunft ausgestattet werden. Die Rüstungsaktien sind daraufhin nach oben gestiegen und wir stellen uns heute die Frage, sind eigentlich Rüstungsunternehmen insgesamt eine lohnenswerte Investition? Das und viel mehr, wie heute immer hier bei Aktien mit Kopf. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und der Sonntag ist gerettet auch mit schlechtem Wetter, denn heute gibt es hier wieder für euch ein faktenbasiertes Video zum aktuellen Thema Rüstungsunternehmen. Ich weiß, das ist ein moralisch sehr aufgeladenes Thema, welches wahrscheinlich auch wieder sehr stark hier unter diesem Video diskutiert werden wird. Ich sage es schon mal als Disclaimer hiermit dazu, ich investiere nicht aktuell in Rüstungsunternehmen, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen, wie viele von euch nicht in Rüstungsunternehmen investieren, aber dazu später etwas mehr auch nochmal ein kurzer Kommentar zur Bundeswehr folgt am Ende für die, die es überhaupt noch interessiert. Aber jetzt mal zu den eigentlichen Fakten. Hier seht ihr es selber, unser beliebter Olaf Scholz hier angekündigt, dass die Bundeswehr 100 Milliarden zusätzlich erhält. Und das ist nicht unbedingt unwichtig, dass man in Zukunft auch die 2%-Regel der NATO einhalten wird. Das ist eigentlich eher so eine Art Richtwert und zwar, dass jeder NATO-Mitgliedstaat 2% seines BIPs jährlich in Rüstung und Defense investieren soll. Die Bundesregierung hat das früher nicht getan, hat das eigentlich noch nie wirklich getan. Es liegt vor allem daran, dass man ziemlich opportun handeln konnte, da man sich in Europa eben immer des Schutzes der USA sicher war. Doch die Zeiten haben sich ja, wie man jetzt aktuell sieht, offensichtlich geändert und man möchte jetzt hier in Zukunft eben 2% des BIPs investieren. Und auch wenn das erstmal jetzt nicht so viel klingt, ist das in der Tatsache absolut ziemlich viel. Denn das BIP 2021 in Deutschland lag bei 3,56 Billionen Euro. Und in der Vergangenheit hat man immer so 1,2 bis 1,4% dieses BIPs in die Bundeswehr und in Rüstung und so weiter und in den Schutz des Landes investiert. Und jetzt eben durch diesen Anstieg auf 2% wären das aufgerechnet ca. 20 bis 30 Milliarden Euro mehr, die natürlich hier unter anderem in Technik, Rüstung und so weiter investiert werden. Und wir schauen uns natürlich erstmal ganz kurz an, was es darauf hat passiert. Ja, der Markt hat wie immer ziemlich schnell das Ganze eingepreist. Man sieht jetzt hier beispielsweise ausgehend von der deutschen oder sogar Düsseldorfer Rheinmetall-Aktie, die hier in Gelb dargestellt ist. Erstmal hier einen ordentlichen Anstieg um fast 50%, teilweise sogar ein bisschen mehr innerhalb von kurzer Zeit. Ja, hier am 25.28. ging es los. Dann seht ihr jetzt noch in grün die Hensoldt AG. Das ist, kann man schon fast sagen, ein Rüstungs-Startup ausgegliedert aus dem Airbus-Konzern. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir noch eine weitere europäische und zwar die größte Rüstungsaktie aus Europa, aus Großbritannien, die BAE Systems. Die zwar nicht ganz so stark gestiegen ist, aber auch einen kleinen Anstieg hier verzeichnen konnte. Mittlerweile sind vor allem die Hensoldt-Aktie auch wieder stark zurückgekommen. Also das, was immer passiert, ja, die ganzen Investoren gehen natürlich davon aus, dass viele von diesen Rüstungsaufträgen in Zukunft hier in unter anderem auch diese europäischen Aktien fließen. Es gibt natürlich auch noch die große Konkurrenz aus den USA. Ja, auf die gehe ich heute eher nicht ein, aber die gibt es natürlich trotzdem, die ebenso um jegliche Aufträge buhlen. Und insgesamt ist die Konkurrenz sowieso ziemlich hoch, was die Rüstungssparten angeht. Und einige Analysten sprechen sogar schon von den Jahrzehnten der Rüstungsindustrie. Denn in vielen, vielen Ländern sind einfach die Ausgaben für die Rüstungsindustrie mittlerweile auf einem absoluten Top-Level. Also wirklich so hoch, wie sie teilweise noch nie waren. Und das wird natürlich unter anderem durch den aktuellen Krieg natürlich noch mehr bestärkt. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Unternehmen, auf die ich jetzt hier eingehen möchte, kurz an. Wir haben hier natürlich als erstes die Düsseldorfer von Rheinmetall. Rheinmetall mittlerweile ein Unternehmen mit einer Größe von 6,46 Milliarden Euro. Also kein kleines Unternehmen mehr. Es gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit 1890 oder so. Und dieses Unternehmen, hier steht es auch ganz schön da, ist ein international tätiges Unternehmen in den Märkten für umweltschonende Mobilität, bedrohungsgerechte Sicherheitstechnik, bla 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 bla. Was bedeutet das im konkreten Fall? Wir gehen einfach auf die Webseite rauf und da sehen wir jetzt Systeme und Produkte. Vor allem militärische Fahrzeuge, das heißt alles das, was unter anderem auch die Bundeswehr gebraucht an Kampfpanzern, an Schützenpanzer, an technischen Geräten, an Transportpanzern und so weiter, ist hier bei Rheinmetall vorhanden. Deutschland ist auch mit einer der wichtigsten Absatzmärkte für Rheinmetall. Aber nicht das gesamte Geschäftsmodell von Rheinmetall ist jetzt hier ein rein militärisches, sondern man ist auch ein wichtiger Partner für die Automobilindustrie, wo man vor allem für viele Zusatzteile von Motoren und so weiter ein ganz wichtiger, eigentlich kann man sagen, Zulieferer ist. Das bedeutet natürlich, klar, Waffensysteme, Transportfahrzeuge, Lastwagen und so weiter, auch Turmsysteme und so. Also ein modernes Kriegsgerät hat ja eine Vielzahl von technischen und elektronischen Geräten mit verbaut. Die sind, da sind sie natürlich mit dabei, aber sie stellen eben auch Antriebe, Zünder, ja, dann hier verschiedene Waffen- und Munitionsarten und so weiter her. Ja, und das ist halt eben hier, kann man sagen, schon der diversifizierte Rüstungskonzern Rheinmetall. Ja, aber wie gesagt, auch die beispielsweise, hier sind noch ziemlich viel mit Flugabwehrsystemen, Elektrooptik und alle möglichen abgefahrenen Sachen, wie ihr hier seht, sind hier bei Rheinmetall mit dabei, aber eben auch die, ja, Zuliefertätigkeit für die klassische Automobilindustrie ist hier auch mit dabei. Und wenn wir uns jetzt das Unternehmen an sich anschauen, kann man sagen, okay, und das ist bei den meisten Rüstungsunternehmen so, die sind ziemlich stark Fremdkapital finanziert, ja, das ist jetzt also in den seltensten Fällen und Unternehmen, wo jetzt eine wirklich astreine Bilanz auch zu sehen ist, das sieht man jetzt hier, Piotrowski-Score beispielsweise 5 von 9. Man muss auch sagen, gerade Rheinmetall hat auch sehr im Corona-Jahr gelitten, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mal in die Jahresumsätze und so weiter reinschaut, 2020, dann hat man hier einen Verlust ausgewiesen sogar, wo man in den ganzen Jahren davor halt eben ordentlich immer auch Gewinne gemacht hat, teilweise sind die auch schön ordentlich mal gestiegen, hat man jetzt hier im Corona-Jahr wirklich auch mal einen Verlust gemacht, ja. Und jetzt hat sich natürlich die Situation, zumindest geht man davon aus, ordentlich geändert, sodass eben auch die Aktie angestiegen ist. Man muss aber sagen, Rheinmetall ist eigentlich alles andere als ein Wachstumsunternehmen. Die Umsatzsteigerung hier in den letzten Jahren, ja, die kann, wenn man optimistisch ist, gerade mal mit der Inflationsrate mithalten und auch was die Gewinne und so weiter angehen, ist jetzt hier das Ganze durchaus nicht unbedingt so ein Unternehmen, wo man jetzt sagen würde, da will ich sehr viel investieren. Aber wir wissen ja alle, es ist immer auch eine Frage von der Bewertung dann. Wenn man sich die aktuellen Bewertungen aber anschaut, dann sieht man hier jetzt für das Jahr 2021 ein KGV von 2023, jetzt für die kommenden Jahre dann eben ein leicht niedrigeres KGV erwartet, da man eben davon ausgeht, dass die Gewinne und jetzt die Umsätze und so weiter in Zukunft dann steigen werden. Ja, wenn wir uns jetzt mal von dieser Marktkapitalisierung ein bisschen weiter nach oben bewegen in Richtung BAE Systems, dann seht ihr jetzt hier 21,6 Milliarden britische Pfund Marktkapitalisierung und das ist eben auch das größte europäische Rüstungsunternehmen BAE Systems, welches eben auch weltweit sehr stark aktiv ist und neben all den ganzen Geräten, die ich gerade eben schon bei Rheinmetall genannt habe, sehr, sehr, sehr stark auch im Bereich Flugzeuge und Waffensysteme in Flugzeugen und so weiter investiert ist. Die haben so ein Kernprojekt, das ist hier das BAE Tempest, das ist ein Tarnkappenbomber, der eben auch für die britische Luftwaffenindustrie beziehungsweise für die Royal Air Force, glaube ich, heißt das, dort entwickelt wird als Nachfolger von allen möglichen Tornadomodellen und dort sind sie halt eben auch sehr stark im Bereich von Unmanned Aircraft aktiv, also alle möglichen Waffensysteme, die halt eben ohne direkten Piloten auskommen, Drohnen und so, aber auch, das ist halt eben auch die Zukunft, Jets, wo gar kein Pilot mehr mit drin sitzen muss, sondern der dann irgendwo mit einem System vom Boden aus gesteuert wird. Da habe ich mal eine interessante Reportage gesehen von einem US-Soldaten, der irgendwo in Las Vegas, irgendwo in der Wüste halt morgens seine Tochter zur Schule gebracht hat, dann hat er sich da in diesen gigantischen, ja, in diese Kiste reingesetzt, kann man sagen, hat irgendwelche Drohnen in Afghanistan gesteuert und ist dann abends wieder nach Hause gegangen. Also schon ein bisschen pervers, wenn ihr mich fragt, aber das ist nun mal die Entwicklung, in die es halt hingeht. Was ich noch vergessen habe zu sagen bei Rheinmetall, ja, dass die auch an einigen Projekten mit dran sind, wie zum Beispiel dem Main Ground Combat System. Das ist ein moderner Kampfpanzer, der in, ja, einer Allianz entwickelt wird. Also hier seht ihr Franco-German Allianz und der ist wirklich eine, das ist eine langfristige Entwicklung. Der soll dann, ich glaube, auch erst 2030 irgendwann fertig werden. Und das ist natürlich alles so Entwicklungen und Aufträge, die eben auch Rheinmetall so ein bisschen unabhängiger von den wirtschaftlichen Schwankungen und so weiter machen, die man normalerweise als zum Beispiel so ein klassischer Automobilzulieferer oder so nun mal hat, ja. Insgesamt sieht die Bilanz von BAE Systems schon ein bisschen besser aus als die von Rheinmetall. Auch was die Margen beispielsweise angeht und vor allem auch was die Bewertung betrifft, kommt man hier auf wirklich günstigere aktuelle Bewertungen als jetzt zum Beispiel die, die man jetzt bei Rheinmetall noch ausmachen kann. Das heißt, wenn man jetzt zwischen diesen beiden entscheiden müsste, würde ich persönlich erstmal hier wahrscheinlich auf die BAE Systems zurückgreifen und nicht auf nur Rheinmetall. Ja. Und dann kommen wir natürlich jetzt hier noch zu unserem, was ich ja auch schon gesagt habe, ja, kleinen Rüstungs-Startup. Dieses Unternehmen wurde eben aus der Airbus AG ausgegründet. Der Börsenwert ist der kleinste von allen genannten, 2,11 Milliarden Euro. Und hier steht es, Hensold ist vor allem ein Anbieter von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik. Ja, das heißt, die sind eigentlich so ein sehr, das geht auch auf den Urgründer damals, Hensold zurück, der irgendein Feinmechaniker auch war. Hier ist es ein Unternehmen, die stellen vor allem sehr viele Radarsysteme da, also oder her, für nicht nur Panzer, sondern eben auch für alle möglichen Kriegs, ja, Waffensysteme, sei es jetzt irgendwelche Flugzeuge, sei es Schiffe, sei es U-Boote und so. Es geht, eigentlich ist es immer das Gleiche. Worum geht es? Es geht darum, möglichst viel zu sehen, ja, auch nachts möglichst viel zu sehen. Das bedeutet also Wärmebildgeräte, Wärmebildkameras, Restlichtverstärker und all diese ganzen Sachen. Ich kann mich auch noch erinnern, bei der Bundeswehr damals, wir hatten auch so Nachtsichtgeräte und die sind eigentlich so sogenannte Restlichtverstärker. Das bedeutet, es ist ziemlich abgefahrene Technologie. Die nehmen halt irgendwo ein bisschen Restlicht, was immer irgendwo Nachtzeit vorhanden ist, sei es durch den Mond, durch Sterne, durch irgendwelche Lichtquellen und so und verstärken den so, dass man eigentlich halt wunderbar nachts überall langlaufen kann und alles eben so grün, wie er das immer aus den Filmen zwar kennt, aber eben wunderbar sehen kann, ja. Und die haben zum Beispiel auch solche Systeme hergestellt, die dann an zum Beispiel den Schützenpanzer, die dann wiederum, ja, Rheinmetall, ob nun zusammen mit Krauss-Maffei oder eben alleine herstellt, wo dann zum Beispiel eben so ein Schützenpanzer auch Störsignale schicken kann an beispielsweise anfliegende Raketen, die zu dem Panzer fliegen sollen, wo man dann versucht zum Beispiel ein Störsignal zu schicken oder mit Infrarot und mit Lasern und so versucht, das Ganze automatisch abzuwehren. Dann zum Beispiel auch mit Nebelwerfern und so, das heißt, in jedem Panzer sind einfach sehr, sehr, sehr viele verschiedenste technischen und elektronischen Geräte hier auch von Hensoldt verbaut. Und das ist eben ein Unternehmen, welches am schwierigsten, finde ich, zu bewerten ist, weil sie eben noch keine wirklich sehr lange Historie haben und weil sie eigentlich aktuell, wenn man sich jetzt auch das anschaut, was die Fremdkapitalquote angeht, sehr stark Fremdkapital finanziert. Aktuell machen sie jetzt auch keinen Gewinn oder so. Das heißt, dieses Unternehmen dürfte am allerschwierigsten hier zu bewerten sein, ist gleichzeitig auch das Unternehmen, welches aktuell am höchsten auch bewertet ist. Ja, ich meine, wenn du jetzt keinen Gewinn aktuell machst, hast du auch kein KGV. Aber auch was den Anstieg und so weiter angeht, ich weiß jetzt nicht, warum genau, ob man jetzt hier einfach nur sagt, okay, das ist jetzt hier ein Unternehmen, welches sehr technisch irgendwie Tech-mäßig rüberkommt und deswegen knallen wir jetzt eine Höhebewertung drauf. Ich sehe es ehrlicherweise nicht. Vor allem auch eine sehr hohe Staatsbeteiligung, sei es seitens der Bundesregierung und ich finde gerade für einen Privatanleger ist dieses Unternehmen nochmal um einiges schwieriger zu bewerten als die anderen beiden. Insgesamt und jetzt komme ich schon ein bisschen zu so einem Vorabfazit, ist sowieso die ganze Rüstungsindustrie natürlich nicht nur sehr stark staatlich reguliert. Das heißt zum Beispiel so eine Rheinmetall, die darf nicht einfach ihre Kampfpanzer überall in die Welt hin verkaufen. Es ist sehr, sehr stark reguliert, wohin du welches Gerät verkaufen kannst. Es ist also nicht einfach so ein Gaming-Unternehmen oder irgendwie ein Unternehmen, was Kreide herstellt und sagt, okay, ich kann meine Kreide auch nach Australien oder nach Griechenland oder wo auch immer hin exportieren. Das ist der erste natürlich bremsende Faktor. Natürlich bietet das immer auch eine gewisse Eintrittsbarriere für neue Konkurrenten, was die Bohrcreme und so weiter angeht. Aber die Konkurrenz ist nun mal international und ist schon ziemlich hoch, muss man sagen. Also da ist es jetzt nicht so, dass irgendwie ein Unternehmen irgendwie sehr, sehr, sehr besondere Technologie hat, die für andere Unternehmen auf der Welt eben nicht nachproduzierbar ist oder so. Also gerade auch mit den ganzen aufstrebenden Schwellenländern wie Indien und China und so weiter. Die haben auch alle ihre entsprechenden Unternehmen und ihre Rüstungssparten jeweils, wo sie halt eben sich auch mit den entsprechenden Produkten eindecken können. Der nächste Punkt ist eben der, diese Abhängigkeit von Staatsaufträgen. Und zwar die Bundesregierung agiert hier wie immer extrem opportunistisch. Das bedeutet, sie reagiert erst dann, wenn ein Risiko sich tatsächlich manifestiert hat. So nach dem Motto, ach, wir können einfach jahrelang die Entwicklungen hier, die auf der Welt passieren, ignorieren und investieren jetzt einfach nicht in eine wirklich streitfähige Streitmacht, wie der Name sagt, sondern erst dann, wenn wir wirklich mal ein Risiko haben, was sich manifestiert und wir sehen, dass der Zustand unserer Streitmacht halt einfach insgesamt sehr schlecht ist vergleichsweise, erst dann fangen wir an zu handeln. Und ich glaube zum Beispiel, dass sollte sich dieser Krieg hoffentlich sehr schnell dann wieder auch lösen und wieder Frieden herrschen, dass man, dass das beispielsweise in Deutschland man sehr, sehr, sehr schnell in arge Erklärungsnot kommen wird und dann heißen wird, warum schmeißt man jetzt der Bundeswehr 100 Milliarden in den Rachen? Wir haben viel wichtigere andere Projekte wie Bildung, wie Kita-Plätze und so weiter, die es eben zu finanzieren gilt. Und ich glaube, dass man sehr schnell auch wieder wegkommen wird von diesem Aufrüstungsgedanken, gerade in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Strategie ist, auf die man sich als Anleger verlassen sollte. Weil so sehr, wie halt einfach seitens der Politik immer opportun entschieden wird, was gerade die aktuelle Problemlage ist, so schnell kann sich das Ganze auch wieder ändern. Und ich glaube sowieso, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass diese 100 Milliarden zusätzlich sowieso auch nicht unbedingt sehr viel bringen werden, weil die Bundeswehr hat ganz andere Probleme als nur irgendwie, dass das modernste Gerät oder so weiterfällt. Es liegt zum Beispiel, ich kann ja mal ein paar Sachen erzählen, es liegt zum Beispiel auch daran, dass man, wenn man jetzt immer das modernste und beste Gerät haben will, das gar nicht unbedingt gut ist für eine funktionierende Armee. Warum? Weil diese Unternehmen wie Rheinmetall und so, die müssen dann entsprechend ihren neuen Anforderungen, die seitens der Politik oder seitens der Bundeswehr gestellt werden, direkt reagieren. Aber sie können nicht einfach in einem Panzer mal eben den Sitz von dem einen, äh, aus Arbeitsschutzgründen irgendwie von der Position auf der Position umbauen, wenn eben in einem Panzer alles so fein motorisch und von den technischen Geräten her so geregelt ist, dass es eben perfekt abgestimmt sein muss. Und wenn dann auf einmal eine neue Forderung kommt und sagt, wir brauchen aber jetzt aufgrund der aktuellen Lage wieder das modernste und wieder das Beste, ja dann dauert es halt wieder ein paar Jahre, bis das Ganze irgendwann mal wieder ankommt, ja. Das heißt, ich glaube nicht, dass einfach diese 100 Milliarden tatsächlich hier zu einer Lösung beitragen werden, aber das ist auch ein ganz anderes Thema, nicht unbedingt für dieses Video. Generell finde ich einfach nur aus folgenden Gründen. Erstens, starkes Fremdkapital, starke Abhängigkeit vom Staat, ja, schwer zu analysierende und schwer zu durchschauende für Privatanleger Strukturen in so einem Rüstungskonzern und dann noch diese moralische Komponente, wo man jetzt sagt, okay, will man wirklich dort sein Geld investieren, wo irgendwie auch potenziell Leid und Zerstörung angerichtet werden kann. Das muss wie jeder, wie immer jeder für sich selbst vereinbaren. Ich glaube, für mich sind einfach die meisten Rüstungsunternehmen insgesamt nicht attraktiv und interessant genug als Investment und allein aus diesem Grund gelten sie jetzt für mich nicht als lohnensreiche Investitionen. Klar, man kann natürlich immer kurzfristig irgendwie spekulieren und die Leute, die das getan haben, ja, herzlichen Glückwunsch zur Rendite von mir aus, aber diese 100 Milliarden zusätzlich, die jetzt natürlich da hier bereitgestellt werden, die sind auch größtenteils natürlich dann hier schon in den Marktkapitalisierung entsprechend auch enthalten, weil die gehen, wie gesagt, natürlich nicht nur an Rheinmetall und an die anderen Unternehmen, sondern eben auch international an die verschiedenen Anbieter. Ein Punkt wollte ich aber auch noch sagen und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will aus moralischen Gründen nicht in Rüstungsaktien investieren, dann habe ich auch in den letzten Tagen öfters mal was gelesen, so von wegen, ja, dann nimm doch lieber so eine Hensoldt oder nimm doch lieber die und die Aktie, weil die, die konzentrieren sich mehr auf die Produktion von einzelnen Motoren oder die konzentrieren sich mehr auf die Technik und die stellen jetzt nicht die eigentlichen Waffensysteme und die eigentliche Munition her. Also ich finde, das ist wirklich die billigste Entschuldigung, die man hier bringen kann, weil ob ich jetzt in Unternehmen investiere, was bei einem Geschützpanzer beispielsweise die eigentliche Munition herstellt oder den Servomotor von dem Gefechtsübergabearm, der die Munition ins Rohr liefert oder die Treibladung oder die Software, die das Ganze steuert, ja, also da hat nun am anderen Ende dieses Rohrs derjenige Mensch, der die Munition abbekommt, auch nichts davon, wenn du sagst, ich habe aber nicht in die Munition investiert, sondern nur in die Software, ja, also ich glaube, da macht man sich extrem was vor, wenn man jetzt sagt, ich investiere jetzt lieber in so ein Unternehmen wie Hensoldt und nicht in so ein Unternehmen wie irgendwie Krauss-Maffei oder irgendwie Rheinmetall, ja, was man sowieso auch immer bedenken muss, ist einfach, dass die Welt nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte, dass es sowieso extrem viele komplexe Zusammenhänge gibt, ja, und gerade wo ich das Thema Software angesprochen habe, jedes Unternehmen, egal ob es jetzt Hensoldt, Krauss-Maffei, ob es Rheinmetall, ob es Lockheed Martin ist, jedes Unternehmen von denen braucht eben auch entsprechende Software und jedes Software, große Softwareunternehmen, sei es jetzt eine Microsoft, ja, Microsoft for Defense and Intelligence, sei es jetzt eine SAP, Defense and Security, jedes große Softwareunternehmen hat natürlich auch entsprechend seine militärischen Sparten, da sollte man sich auch als Anleger jetzt nicht irgendwie ständig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich investiere ja nicht in Rüstung und so weiter und so fort, also bitte ein bisschen mehr Realismus muss schon sein und sich einfach immer so moralisch abzukapseln von allem und zu sagen, da investiere ich jetzt und da investiere ich jetzt nicht, gut, kann man machen, aber meiner Meinung nach ist das schon ein sehr arges Müsli-Weltbild, wenn man sich das so einfach machen möchte, ja, das war ein deutliches Statement, ich weiß an dieser Stelle, aber so sehe ich das nun mal, also, aber wie gesagt, für mich sind diese drei Unternehmen, wenn ich einfach so viele andere tolle Unternehmen wie Tesla und 11bit und weiß, was ich alles zur Verfügung habe, sowieso gar nicht unbedingt lohnenswert und investieren werde, die einzige Kriegsform, die ich bevorzuge und die ich gut finde, ist Schach, ja, hier sollten eigentlich die einzigen Kriege auf der Welt stattfinden und alles andere sollte am besten im Frieden ablaufen. Okay, das war's für mich, du kannst jetzt sehr gerne auch noch dir die letzten Analysen von Palantir oder von Block hier anschauen, die verlinke ich dir noch, ansonsten wünsche dir noch einen schönen Restsonntag und investiere immer rational und in gute Unternehmen, welche das denn musst du wie immer selber entscheiden. Bis zum nächsten Mal, rationale Grüße. Ciao, ciao.